Es wird schon nichts passieren. Ich liebe dich. Wir bekämpfen uns doch ständig untereinander, anstatt den großen Feind zu bekämpfen. Eine islamische Republik würde die Interessen von allen Menschen vertreten. Ich sehe das absolut genauso. Wir müssen das ändern. Wir werden auch was ändern. So weit wird es ganz nicht kommen. Was meinst du denn eben? Wir ziehen den scheiß Plan durch! Er war ein Verräter. Die islamische Revolution muss Einzug halten und zwar überall. Seeg dir das gut ein, du Verräter. Was hast du gesagt? Verräter! Ja! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk